...und dann ist es noch ein paar Jahre lang. Und dann ist es noch ein paar Jahre lang. Und dann ist es noch ein paar Jahre lang. Ja, hat das schnell gemacht. Der war also. Ja, und damit ist jetzt das Finale, das klassische Finale, das Freistil-Finale, im gleichen Weg wieder. Da sind die Zillernabäuer. Ich muss noch ein paar Jahre lang. Hör mal, in da! Ja, democr yeah, das ist nochmal. Dann wird es noch nicht richtig. Zitten in den zwei Jahren, án die wir in die Zillernabäuer haben. Die hat die Zillernabäuer in Berlin. Stab da, an der Jahre schröp. Und jetzt noch ein klar, Thион von der Zillernabäuerung. Ok. Die Zillernabäuerung. Ich tisch das schon wieder mit dem Hör, Das ist ein bisschen so, wie man einen Pilgrang kennenlernen kann. Der andere ist so ein... ja, stoischer Kind. Äh, warte mal, es ist jetzt, die Idee ist noch wetter. Weil, Rico wird mit dem Bus mit hinfahren, gefahren über McDonalds. Und der Dienst will aber schon vorher los. Der, ja, Benitez war da, der will vorher schon los. Der Benitez-Vater will schon, der will durchfahren. Er macht keine Pause mit. So dass ich schon vorher mit dem Justin im Eiswasser bin, und noch einkaufen könnte. Und da hole ich, was wollte der Flügel schon, ne? Der ist drin. Der End ist gar nicht so schlecht. Der End ist gar nicht so schlecht, gegen den Rücken jetzt verloren habe. Und da geht's hier rein. Komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! Ja! 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 Der ist gerade Elternjubel. Der ist gerade Trainerjubel. Der ist Trainerjubel. Ja, der Benitez hat gewonnen. Na ja, da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir das klassische Alltag geführt. Ja, da haben wir das klassische Alltag geführt.